Hallo Leute, ich bin Onward von Willkommen zu einer weiteren Folge von Erden Island. Ähm, was machen wir heute? Ich habe heute paar Sachen vor. Erstmal reinschauen, wie viel Wasser wir da drin haben. Also Glasflaschen haben nur ziemlich viel. Wir haben noch Holzfäller Level und Stein und so weiter. Und ich habe noch 12 Flaschen dabei, 20 Fleisch. Warum dabei? Ihr werdet gleich sehen. Noch eine Reparatur Kit dabei. Okay, das ist gut. Und ein paar, ähm, ja. Eisen. Ähm, ich wollte was machen. Aber was? Ich würde heute weiter gehen und weitere Sachen machen. Was brauchen wir dafür? Also, für eine Kiste brauchen wir sogar ein Schloss. Okay. Müllstein. 25 Steine. Faser. Äh, wäre eigentlich kein Problem. Ich habe so viel Faser. Und 30 Holz. Habe ich auch. Wir können das Müllstein machen. Dann Kühlschrank. Eisenbar und ein Stein. 10 Bretter. Bretter können wir eigentlich auch machen. Äh, 10 Bretter. Ähm, ich glaube, das ist 2 zu 1. 12 Bretter. 12 Bretter. 20 Stoff. 60 Lehm. Lehm könnte ich auch machen. Das wäre kein Problem. Also, wir können eigentlich alles hier schon machen. Aber ich würde gerne jetzt Malstein machen. Den Müllstein. 25 Stein. Habe ich genug. Holz 30 und Faser. Das machen wir mal. Äh, Stein 30 Holz. Das habe ich doch. Oder muss ich das jetzt. Äh, nein. Ich muss nicht. Ah, Gewehr. Das machen wir jetzt. Bevor wir zu den weiteren Sachen, die ich vorhabe, ähm, gehen. Ähm, das Problem ist, ich weiß nicht wohin damit. Für den Werkstatt. Oder, ähm, Kühlstein könnte ich auch machen. Das wäre auch cool. 10 Stoff, das wäre kein Problem. Also, den 10 Stoff zu machen. So. Was machen wir noch? Äh, 6. Okay, der ist nicht klein. Schon mal gut. Das heißt, ich werde es so rum, hier so stellen. Oder? Oder hier. Ne, dann wäre es eigentlich alles auf einen Haufen geworfen. Ich stelle es hier hin. Am besten so. 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 Mühlstein. Was können wir hier machen? Äh, Mühlstein, Mühlstein. Was können wir hier? Mühl. Mühlstein, Mühlstein. 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 Ja, also wir können jetzt, Steine zermalen. Und was bekommen wir daraus. Also, bis jetzt nix. Knochen. Unschalten. Knochen kann ich auch nicht. Aber was kann ich, was kann ich hier machen? Also, Steine kann ich nicht. Knochen kann ich nicht. Bananen kann ich nicht. Was kann ich hier machen? Das kann ich auch nicht. Müllstein. Okay, das schauen wir uns mal an. Was können wir da machen? Also, es wurde folgendes genannt. Dass wir hier weitere Gegenstände daraus machen können. Also, zermalen und so weiter und dann weitere Gegenstände daraus machen. Alles schon und gut. Aber. So. Haben wir einen Müllstein. Und jetzt geht's zum Kühlschrank. So, dann als nächstes zehn Bretter. Die Bretter können wir machen. Entweder hier oder gleich mal. Also, entweder hier. Zwei zu eins. Zwei in Holz. Zehn Bretter brauchen wir. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bitteschön. Zehn Bretter, ähm. Dann brauchen wir. Stoff zehn. Zehn Stoff. Ähm. Zehn Stoff. Wunder, runter, 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 bretter ja hier können wir keine stoffe machen ok sorry das können wir hier machen wie viel was wenn man die stoff war es 5 kühlschrank machen wir bei uns zu hause da liegen gleich mal die sachen wie bananen weiter sie die banane schon weg 5 stoppe habe ich aber ich glaube das ist zu wenig für den kühlschrank 10 stoffe 10 stoffe dann noch 5 stoffe 5 stoffe noch mal 5 stoffe bitte stein also jetzt können wir den kühlschrank machen kühlschrank den machen wir bei uns zu hause stellen und dann gehen wir zum händler die ganze lebensmittel die verdarben können dann hier von verdarben geschützt sein den machen wir zu hause den kühlschrank wird nach hause ich stelle den mal hier ich weiß nicht warum ist eigentlich egal ne hauptsache gerade so verderbliche lebensmittel so und die kokosnuss und vielleicht fleisch also hier ich habe davon sehr viel und ich lege mal die im kühlschrank die 30 fleisch die wir da haben ins kühlschrank so das dazu ich habe immer noch nicht verstanden was wir moment was wir in diesem mörser da machen können das muss ich mal hier lesen oh eisenbaren 12 stoffe 6 flaschen wasser das werden wir brauchen aber erstmal müssen wir dafür das hier machen 12 bretter stoff 20 und lehm 20 stoff mit 2 zu 1 leider nicht mehr da müssen wir noch abwarten aber wir wollen ja etwas machen und zwar ich habe hier gold bar die will ich verkaufen ich will zu händler da müssen wir rüber schwimmen und ich bin am verrecken warum sagt mir das keiner so und äh jetzt ich auch noch was wir müssen uns heilen so der der händler ist auf der insel da gehen wir hin da ist unser haus ok los geht's müssen wir rüber schwimmen ich will zum ersten mal Geld verdienen ich guck mal was er so hat also vielleicht hat er so Samen oder so keine ahnung aber ah du scheiße was war das hm Fisch so wir sind auf der insel ich will ähm ich will bei dem gehen äh hallo guten tag wo ist der trader da was hast du denn in der hand alter äh starten also 200 münzen stein flaschen rum bananenwein stoff oh ja rote paprika grüne paprika sam gelbe paprika sam also die Samen kann ich bei dir das hier verkaufen scheiße ist das teuer scheiße ist das teuer also 100 pro einen ich ich hab 41 ich verkauf mal 11 1100 ich würde gerne bei dir da machen wir 21 21 2100 verkauf wir haben erste geld verdient jetzt will ich grüne paprikasam und zwar einsam ich will jeweils 5 kaufen kaufen gelbe 5 kaufen also leute was wir jetzt machen wir bereiten uns vor ne wir bereiten uns gerade vor für ok ich könnte eigentlich Stoff kaufen äh ich kauf mal Stoff so 10 10 Stoff das kann ich auch mal mit schmeißen ähm ich kann noch ein paar Steine verkaufen er will aber nicht verkaufen Knochen will er haben Würmer äh kann ich dem verkaufen und zwar 10 Stück das ist zwar nicht viel aber egal so was können wir noch bei dir verkaufen also nicht so richtig viel ne also Bretter 16 Münzen da kann ich selbst was draus machen ok äh gut was haben wir wir haben zum Esch wir haben wirklich wobei wartet man Leute ich will das hier verkaufen das Gold ich kann so viel Gold machen echt jetzt ähm wenn wir sammeln und dann verarbeiten zum Goldbaden ja wir können aus dem Gold was machen dann kaufe ich noch mehr sammeln ich kaufe mal nochmal 5 jeweils damit wir jeweils 10 haben ähm wir können aus Gold glaube ich Rüstung machen aber wir können auch aus normalen Eisen Rüstung machen so wir haben jeweils 10 Samen daraus wollte ich hinaus also ich wollte hier wirklich nur Samen gucken ob ich Samen haben kann ähm dann habe ich gemacht jetzt will ich das hier holen ähm da müssen wir wirklich ähm ich weiß nicht Bananen brauche ich eigentlich Bananen ja die Frage ist Leute brauchen wir die Bananen insofern dass ich daraus was machen kann Krokodil will ich nicht haben ja geh weg verschwinde du blöde Fisch alter hinter mir ist ein Krokodil hm cool gedeutet das Schweinchen warte mal ich habe hier ein Messer so 10 Knochen hm was wollte ich ja da war doch irgendwo ein Stein da wo dieser Krokodil ist ist doch so ein Steinchen den würde ich gerne mal haben und da ist auch Gold drin und Eisen er sagt nichts ich bin voll das bin ich aber das können wir gleich äh schnell ändern und zwar wir machen 30 sogar mehr wir haben 60 ne so jetzt wird man wie lange dauert es noch ok wir haben zwei Plätze frei äh wir nehmen einen Goldarzt der Goldarzt ist sehr sehr viel äh wert ähm und den Eisen den habe ich eigentlich auch sehr 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 viel davon Steine brauche ich gar nicht denn Eisen nehme ich mit Steine äh wie gesagt davon habe ich auch sehr viel bei uns zu Hause aber was mich interessiert ich gehe nach Hause so vielen Dank du Händler wie viel ist es wert wenn ich das verkaufe also warte stopp wie viel ist es wert wenn ich das verkaufe und zwar wo war das das hier 8 ich habe 100 Stück davon ich kann 50 verkaufen eigentlich also kaufen kann ich bei dem das nie das heißt wir können das alles verkaufen sehr gut und es reicht mir so dann leute gehe ich mal wohl äh nach Hause wir haben jetzt eingekauft jetzt muss man gucken da gucken wir gleich mal was wir machen können also sprich leute wir können ja zermallen ja wir haben jetzt super super Teil gebaut und so weiter jetzt will ich schauen was wir daraus machen können also Goldärzt das ist super das weiße ist nicht so viel wert aber trotzdem haben wir gut Geld gemacht und ja wir brauchen ziemlich viel Holz sind wir voll ja sind wir ok auch mit Holz ich würde gerne mal Holz mal nehmen aber hier ist kaum Holz was zur Hölle so jetzt essen wir was und dann schwimmen wir rüber so und trinken nicht vergessen drei Flaschen reichen also wenn ich drei Flaschen rausgetrunken hätte ich hätte ich wäre geplatzt man das schwimm schwimm ich will schauen was wir daraus bekommen also jetzt müssen wir einfach schauen was wir daraus bekommen ich will mal gucken ob wir diese weißen ähm Steine zermallen können also irgendwas müssen wir zermallen ich habe ja nicht umsonst das ganze gebaut hoffe ich so wir sind zu Hause irgendwas zermallen müssen wir ja wir schauen wir mal nach nein oder brauche ich dafür Holz ich glaube hier nicht mal gucken naja also Holz aber irgendwas müssen wir zermallen gönn so die Bananen lege ich jetzt hier ab ey er sollte nicht verderben und warum liegt hier verdorbenes Kokosnuss und so kann mir das jemand verraten ähm ich habe hier noch kann ich endlich schlafen weil es wird langsam nachts nein na gut na gut ok Leute heute haben wir ziemlich viel geschafft äh vielleicht werde ich noch offscreen Holz sammeln und nächstes mal machen wir weitere Teile bau also was mich interessiert ist das hier auf jeden Fall den Garten will ich bauen äh das interessiert mich sehr sogar äh aber was mich wirklich interessiert ist das hier Alchimitisch oder Alchimit Kessel und Presse zehn Bretter was können wir machen Eisenbarn und Kolben den Kolben müssen wir aus was bauen das ist der Kolben Eisenbarn eigentlich hätte ich das ganze schon gemacht aber das machen wir nächstes mal äh erweiterte Reparatur geht ok das kostet aber ziemlich ne ja das machen wir nächstes mal Leute und was mich auch interessiert ist dieses Holzhammer so wartet mal Leute ich will noch was tun ich will noch was tun und zwar warte 20 Stoffe und ich hab nur 10 eingekauft ok ich könnte noch 10 machen ich hab von dem also das werden wir darum kümmern wir uns nächstes mal für nochmal vielen Dank fürs zuschauen also vielen Dank fürs zuschauen Leute ähm ich hoffe euch hat es gefallen wenn ihr wisst was zu tun ist bis zum nächsten mal euer Lonely V3 Ciao